Nach dem erfolgreichen Abschluss an der Universität stellt sich für viele die Frage, wie geht es weiter? Der perfekte Einstieg in ein Unternehmen startet oft über ein sogenanntes Traineeship. Auch bei der Salzburger AG werden ab Oktober wieder junge und interessierte Talente gesucht. Die Salzburger AG entwickelt sich kontinuierlich weiter, vor allem in neuen Technologiefällen, in der Digitalisierung, in der Telekommunikation und hier suchen wir vor allem junge Personen, die sich wirklich, wirklich mit uns aktiv die Zukunft gestalten wollen. Dieses Traineeship dauert insgesamt 18 Monate. Unsere Trainees durchlaufen verschiedene Abteilungen in unserem Haus, aber sie sind nicht nur hier in der Zentrale, in der Bayerhammerstraße, sondern wir senden sie auch in unsere Organisationen vor Ort. Gefragt für das Trainee-Programm sind vor allem Absolventen und Absolventinnen der MINT-Fächer. Auch Viktoria Eder und Daniel Gensbichler hatten ihren Start bei der Salzburger AG als Trainees. Ja, also ich habe im Bachelor Ökoenergie-Technik studiert und dann im Master Sustainable Energy Systems und für mich war eigentlich klar, nach dem Studium, am liebsten würde ich ins Berufsleben mit einem Trainee-Programm starten, damit man eben verschiedene Abteilungen zeigt und einmal schaut, wo liegen eigentlich meine Stärken. Studiert habe ich Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der TU in Wien. Das Trainee-Programm, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, die es da bei uns im Unternehmen gibt. Da ist es so, dass man die ersten eineinhalb Jahre in der Firma verschiedene Stationen im Unternehmen durchmacht. Aber man bekommt nicht nur einen guten Überblick über das Unternehmen, sondern es können auch viele Kontakte geknüpft werden, die im weiteren Arbeitsleben von Vorteil sind. Nach dem erworbenen theoretischen Wissen an den Fachhochschulen oder an den Universitäten haben die Absolventinnen und Absolventen hier bei uns wirklich ein Training on the Job. Direkt vor Ort eben die Arbeit, aber das in Kombination mit einem Mentorenprogramm oder mit Fach- und Persönlichkeitsseminaren, um wirklich ein umfassendes Wissen generieren zu können, um dann eben auch fit für die Zukunft zu sein. Für Viktoria und Daniel war das Trainee-Programm sehr erfolgreich. Beide haben mittlerweile einen Top-Job bei der Salzburger AG. Genau, also ich bin im Smart Metering übernommen worden nach dem Trainee-Programm und da war ich dann eineinhalb Jahre und habe mich dann noch intern beworben als Produktmanagerin für Photovoltaik. Nach dem Trainee-Programm habe ich dann bei die Kraftwerke weitermachen können. Da war ich dann zwei, drei Jahre im Asset-Management tätig. Da geht es um die strategische Ausrichtung von unserem Kraftwerkspark. Und dann ist eben die Stelle vom Leiter der Kraftwerke Pinzgau ausgeschrieben worden. Da habe ich mich drauf beworben. Das hat dann gut funktioniert. Und seither bin ich eben da für diesen Kraftwerkspark mit meiner Mannschaft eben zuständig. Ja, also ich würde das Trainee-Programm auf jeden Fall weiterempfehlen. Es war wirklich eine super Zeit. Man hat so viele unterschiedliche Sachen gesehen und viele neue Leute kennengelernt, unterschiedliche Aufgaben machen können. Und man hat auch wirklich dann einmal gesehen, okay, was liegt mir besser, was nicht so gut. Und ja, für uns selber ist das einfach wirklich sehr wertvoll, finde ich. Wenn Sie Interesse am Trainee-Programm der Salzburg AG haben und sich bewerben möchten, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at.karriere